Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir den Erfolg, deine freundliche Nachbarschaft. Hierzu gehst du in die dritte Welt, das erhöhte Reich und dann in den zweiten Teleporter, rätselhafter Turm. Dann führe ich dich erstmal an die Stelle, an der das Ganze beginnt. Also schaut dir jetzt mal an, wohin ich gehe. Ich erzähle schon mal in der Zeit, was genau wir machen müssen. Also wir müssen 10 Greifaktionen durchführen. Das Problem, diese 10 Greifaktionen, die müssen an verschiedenen Stellen durchgeführt werden. Also das heißt, wir können nicht an einer Stelle rumsliden und einfach 10 mal immer wieder greifen. Sondern wir müssen wirklich 10 verschiedene Objekte greifen. Und am Anfang habe ich auch nicht verstanden, warum geht das nicht? Ich bin da im Kreis rumgeslidet, habe 10 Greifaktionen durchgeführt. Aber das liegt daran, dass wir halt 10 verschiedene Greifaktionen durchführen müssen. So, hier beginnt das Ganze. Also ab hier müssen wir 10 Aktionen durchführen. Fangen wir an. 1. Eine Stelle ist ein bisschen schwer. 2. 3. Das ist bis jetzt easy. 4. 5. 6. 7. Gehen jetzt gleich nach oben. 8. Jetzt wird es schwer. 9. Das zehnte. Guck mal da hin. Und 10. Und wenn du das gemacht hast, dann bekommst du den Erfolg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du auf kurze und knackige Tipps stehst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. Wir platinieren sehr, sehr viele Spiele. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann in weiteren Videos. 15.